Den letzten Tag über bist du ja nicht da. Da bist du schon in der Macker. Du kannst ja gar nicht passieren, dass es jemand abgeht. Du kannst ja gar nicht vollstellen. Thomas meinte, ich soll die Dinger drucken. Zumindest so 10.000, dann kann man ja immer mal packen. Nein, die Leute wollen wissen, dass ich sie angefasst habe. Die wollen... Mal gucken, wer die hier kriegt. Dann machen wir mal ein X drauf. Die geküsste. Fertig? Fertig? Eins, zwei, drei. Oh Mann, Alter. Hast du das gesehen? Jetzt machen wir es so. Wie? Wie soll ich das jetzt sagen? Ja, wenn ich auf den Takt komme, kannst du die. Ah, okay, alles dann. Das muss er mir hochmachen. Halt mal, da fehlt noch das End. Wenn sie sich ja wenigstens schnell schreiben lassen würden. Ich muss nochmal anderen Namen zulegen. Eigentlich habe ich mich W genannt, damit ich nur noch Ws drauf machen muss. Aber irgendwie kriege ich diese Umstellung nicht mehr hin. Da bin ich dran, ja? Soll ich die Ansagen? Komisch gemacht, der Rest. Wir haben drei Minuten vor Ort. Oh, das ist ein kleiner Schwan. Oh, das ist ein kleiner Schwan, oder was? Das ist jetzt aber die Ampel. Ich muss mal ankommen zum Zügel probieren. Das ist schon. Okay, klar. Oh, wow. Oh! Hey, hey. You want to do it again? Of course. Yeah, that's why I'm here. Fantastic. Grüßt mit mir aus Schönenmarkt. Team EFG. Wir richten mit die Jungs, aber im Forum und so weit. Das sind ja alle geil mittlerweile, ne? Haben wir im Forum gelesen? Nein, ich kann mich nicht erzählen. Gut, der Weiler. Voll akzeptiert, voll drin. Freuen mich tierisch. Mach nur schmerzig. Ja. Ich bin zu dazu, wie ich weiß. Wer gut erfährt, der möchte die kleinen kompliziert sein. Mann, hier stimmt schon wieder gar nichts. Was hat man davon? Was war das denn? Apfelschmann, Kaiserschmann. Apfelschmann. Jetzt filmiere ich mein Leib, ey. So, and this is what I figured out. I said, hey man, I don't talk to you guys because I'm just wasting my fucking time. So I'm better spend my time in things like this or going, you know, going out and then talk to the people in person, you know, which is, I don't know, this is not a waste of time giving interviews. It's a waste of time for me. Like, I just tried last time with, uh, doing an interview with, uh, The Spiegel, just like, a bit of medicine. I said, hey man, okay, before I, uh, released my album, I said, okay man, I'm going to try it again. You know, I had a very bad experience with those guys. And they were putting like, you know, they would say, oh yeah, it's a nice to make this interview, we've got to change a lot of things. And I was, I was kind of, hmm, this guy's too fucking friendly, you know, something is, is, is wrong here. Hey, and it turned out, be the same way. I said, hey man, I don't going to do, go into the same conversations I had with your onkels. I'm not going to do this again, man. So when I talk to teachers and, uh, tell them I would like to, uh, come with, uh, Stephan Weidner to their, to, to their schools, uh, to talk with, uh, with the kids, uh, ask, uh, Stephan Weidner, who is it? Uh, his onkels, who dangerous, very dangerous. And then, uh, I AM! Even in, you know, even when we're having really, really wild, only half the people are like this. Yeah. I mean, I, I, once I have this feeling in, 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 at Waskild Fist where the half past, one in the, and I'm about 12 in the evening, like, people come, will come, and, yeah, 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 yeah. It was wild, it is wild. Mal ist meine Damen und Herren verwendet. Ja, ja! Alle Z filme sind sechs Monate alt. Ja ja, ja ja. Wie war es? Fonahmen sind Sie schon? Voi. 80,000 Euro. Ich glaube, dasstoo noch ein Irv ist. Das Zisstnya ist Offens chips, es ist echt klar, warum die Louvre ударtinformiert werden. Das ist nicht so schön, dass wir Virginie Tiere haben. Du sagst über das Englisch-Danisch-Danisch, aber wir können nicht sogar einen in Denmark finden, der singt in Dänisch. Ich denke, es ist einfach nur, weil ich meine Lüriks mache, dass ich wirklich mein Insight rauskomme. Ich bin wie ein Snack. Wenn ich meine Lüriks mache, ich verletze meine Snack-Skin auf dem Rekord. Ich bin bereits weg. Aber sie finden meine Snack-Skin und es ist ziemlich pure, auch.